Hallo ihr süßen 3, Kalle, Klaus, Muffin. Nicht reden. Achtung einer kommt runter. Zwei kommen jetzt runter. Ist das schon bei dir unten? Süße Teeschen. Der ist wieder oben. Es kommt Kalle. Hallo, hallo. Na, du Süße. Wir sind alle da unten. Ich wollte doch nur eine Aufnahme gemacht haben. Den wollte ich doch nicht. Da ist der Klaus. Klaus. Das macht ja nichts aus. So ein Leben ist das. Was hast du denn, Klaus? Kommt da einer auch noch mit hoch? Es sind schon zwei oben. Unsere Breite Grazias. Kalle, kommst du auch hoch? Ja, alle drei sind jetzt oben. Ja, perfekt. Ja. Hi, Kalle. So sieht Merschmeichel von ganz nah aus. Wolltest du was sehen? Da, Freunde. Da. Mein Haus. Was? Ich würde das Wort Schimpfwort lieber sagen, bitte. Lauf mir nicht hier durch. Ihr müsst hier oben bleiben. Meine Mutter macht doch alles sauber. Schicki, schicki für euch, ne? Also geht das nicht mehr. Upsi. Was frisst du eigentlich? Jetzt kommt der Weiße hoch. Aber das ist noch netter. Und auch der Dritte Schwatze kommt ja auch hoch. Oh, Kalle. Geht doch nicht runter. Wenn draußen, wie gesagt, nichts los ist, nehme ich lieber die Tiere auf. Unsere Glücksmenschweiche, was das sind. Klaus. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama, Klaus? Wo ist die Mama, Klaus? Jetzt geht doch nicht alle runter, bitte. Du bleibst oben, Junge. Muffin. Ab. Klaus, komm hoch. Komm hoch. Na komm. Muffin. Nein. Nein. Muffin, nein. Muffin, nein. Lass das. Nicht machen, bitte. Oh, klasse. So, jetzt muss ich jetzt die Kamera rausziehen, Leute. Jetzt muss ich meine Mutter die andere Seite machen. Ich muss die Schippe. Da sind unsere drei. Die nehmen wir jetzt von hier auf. Und es ist auch noch einer. Kalle. Und es ist das Klaus da oben. Und es ist das Klaus da oben. Und es ist das Klaus da oben. ein. Das ist das Klaus da oben. Und es ist das Klaus. Ja. Und ich glaube, wir können den K어 verbringen. Vielen Dank.